Die gute Nachricht für Unternehmen vorweg, die Bundesregierung plant eine Modernisierung des Insolvenzrechts. Dazu gehört auch, die bisherige Frist von sechs Jahren bis zu einer kompletten Restschuldbefreiung von Unternehmern auf drei zu halbieren, was aber an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sein soll. Die jetzige Bestandsaufnahme in Zahlen ist dramatisch. Allein Unternehmeninsolvenzen circa 33.000, die Schätzungen der Auswirkungen insgesamt um die 50 Milliarden Euro, Verbraucherinsolvenzenanstieg um drei Prozent auf über 100.000. Also insgesamt nur mit diesen ganz wenigen Zahlen wird deutlich, dass gerade in Krisenzeiten das Insolvenzrecht eine wichtige Rolle spielt, und zwar mit dem Ziel, die Chance zur Sanierung besser auszugestalten und nicht Insolvenz in erster Linie als Beerdigung eines Unternehmens zu sehen, das in einer Krisensituation in Schwierigkeiten geraten ist. Sanierung statt Pleite, das müsste das Motto sein. Dabei gäbe es schon Fortschritte, allerdings habe Deutschland auch eine ganz andere Kultur im Umgang mit dem Thema Insolvenz. Und wir haben auf jeden Fall mehr Fortführungen und Sanierungen in der Insolvenz als früher. Wir haben auch bessere Quoten und wir haben sicherlich eine höhere Zahl von Arbeitsplätzen gerettet. Aber es ist immer noch so, dass die Unternehmer sich dem Thema nicht stellen, weil sie Auswirkungen fürchten. Und diese Auswirkungen haben, und das wird Sie natürlich ganz besonders treffen, immer mit Publizität zu tun. Es ist einfach so, dass es in Amerika eine Kultur gibt, ein Unternehmen gerät in die Krise und holt sich einen erfahrenen Insolvenzexperten, um auf den schlechtesten aller Fälle, den sogenannten Worst Case, vorbereitet zu sein. Und das finden alle toll. Und in Deutschland ist das so, wenn Herr Piepenburg auftaucht und fährt vor irgendeiner Konzernzentrale vor, dann kündigen die Kreditversicherer die Linien. Piepenburg weiß, wovon er redet, denn er hat schon viele Unternehmen begleitet. Häufig ist durch die Insolvenz auch ein Neuanfang, teilweise auch unter anderem Namen, möglich geworden. Das derzeit viel diskutierte Thema der fehlenden Kredite beschäftigt auch die Bundesregierung. Also gerade was den Mittelstand angeht, der ja nun wirklich entscheidend in Deutschland ist für den Erhalt und auch die Schaffung von Arbeitsplätzen, nimmt ja da eine wirklich wichtigste Stellung ein. Und das ist ja auch gerade Schwerpunkt dieser Bundesregierung, alles zu tun, damit eben der Mittelstand nicht geschwächt wird. Und dass es auch immer wieder mit Krediten nicht so einfach, gerade in der heutigen Zeit ist, sieht man ja daran, dass die Bundesregierung hier zu dem Vorschlag auch eines Mediators gegriffen hat, um zu versuchen, da, wo vielleicht manche sagen, es gibt keine Kreditklemme, wo es real, aber schwierig ist, für kleinere Unternehmen Kredite zu bekommen, gerade hier auch Hilfestellung zu geben. Noch gibt es da zu wenig praktische Erfahrungen allerdings. Es geht um die Frage, unter welchen Voraussetzungen werden die Kredite gegeben. Und wenn man jetzt sagt, Kredite werden abgelehnt, weil zum Beispiel nicht mehr genügend Sicherheiten zur Verfügung stehen, oder Kredite werden abgelehnt, weil höhere Zinsen gezahlt werden sollen und das verkraften die Unternehmen nicht, kann man natürlich sagen, ja, die Kreditklemme ist da, weil die Kredite abgelehnt werden. Aber es hat natürlich tiefere Ursachen, mit denen man umgehen muss. Dank der sich leicht erholenden Konjunktur kommen auch wieder mehr Aufträge. Allerdings ist deren Finanzierung ungewiss, konstatiert der Anwalt. Denn die Kreditratings schnüren die Mittelständler ab. Zusätzliche Sicherheiten sind schwierig, der Aufschwung kann deshalb in Gefahr geraten. Piepenburgs dramatisches Fazit, die Krise hält nur Winterschlaf.